Hallo liebe Kompakt-Zuschauer, also Sie haben sich ja nochmal ein Video dazu gewünscht, insbesondere zu der Migrationspolitik hier auf den Balearen. Ich bin öfter auf Mallorca, weil ich eine Ferienimmobilie hier habe und deswegen kann ich auch einiges dazu sagen. Also generell ist es so, dass auf Mallorca das sowieso schon relativ streng ist. Wir haben natürlich über das Meer sehr, sehr viele Leute, die versuchen hier zu landen, da es sehr, sehr nah an Marokko dran ist. Und hier auf Mallorca ist die Regierung sehr, sehr bedacht, das sehr, sehr klein zu halten, das Problem. Natürlich, weil die Insel auch vom Tourismus lebt und das sich nicht so gut macht, wenn hier die Flüchtlingsboote ankommen. Das macht halt nicht so ein schönes Bild und deswegen werden die hier sehr, sehr stark eingreifen. Aber es wird jetzt sogar noch härter. Also irreguläre Einwanderung, die es hier auch gibt. Das heißt, manchmal schaffen es doch Leute hier irgendwie einzuwandern und schlagen sich dann durch. Und naja, die Leute von Ihnen, die vielleicht schon mal im Palma waren, die sehen, da sind sehr viele von diesen Handtaschenverkäufer oder andere Leute, die irgendwelchen illegalen Geschäften nachgehen. Und da soll jetzt strenger durchgegriffen werden. Also die Opfer der Schlepper-Mafias sollen erst mal humanitäre Hilfe zukommen, wird denen zukommen. Und die Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften und der Polizei wird verstärkt, um diese Menschen zu identifizieren, die sich illegal aufhalten und dann werden sie sofort abgeschoben. Also wer illegal auf der Insel hier ist, wird sofort abgeschoben. Da gibt es kein Verfahren, kein irgendwie Pipapo und Rumdiskussion und dann kann der dagegen klagen oder sowas. Nein, wer sich nicht ordnungsgemäß hier anmeldet, denn das ist die Voraussetzung, wird sofort abgeschoben. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Vielleicht eine Anregung für die nächste Bundesregierung. Für den Anspruch auf jegliche Sozialhilfe oder andere öffentliche Unterstützung wird man in Zukunft die Aufenthaltsgenehmigung auf den Inseln nachweisen müssen. Also vorher gab es auch so irgendwie gewisse Leistungen, die sich auch wirklich sehr, sehr beschränkt haben. Also das dürfen Sie sich nicht vorstellen wie in Deutschland, wo man das Rundum-Sorglos-Paket gibt, sondern da gibt es halt wirklich teilweise nur Essen. Selbst für die Spanier, die hier arbeiten und dann Sozialhilfe beziehen, sowas wie Sozialhilfe gibt es ja eigentlich in dem Sinne gar nicht. Es gibt so zwei Jahre Arbeitslosenhilfe und danach ist diese Sozialhilfe wirklich nur so hoch, dass man hier nicht verhungert. Da kann man keine großen Sprünge von machen. So, hier gibt es jetzt nur Sozialhilfe, wenn eine Aufenthaltsgenehmigung, also umgekehrt wie in Deutschland. Du kommst ja her, wirst erstmal schön versorgt, kriegst Essen, kriegst Kleidung, kriegst teilweise sogar noch eine Wohnung. Nein, hier brauchst du erst die Aufenthaltsgenehmigung und dann bekommst du überhaupt irgendwas. Die Anmeldung beim Rathaus soll nicht mehr akzeptiert werden. Jedliche Unterstützung von Organisationen, die mit den Schleppermafias zusammenarbeiten, wird gestrichen. Wir hatten hier ja eine sozialistische Regierung und die haben dann so die Leute ein bisschen durchgewunken, aber trotzdem immer noch ein Schlaraffenland gegenüber Deutschland. Aber natürlich haben die da mehr versucht, die durch irgendwelche Kanäle hier zu integrieren. Und die Route jetzt von Algerien und den Balearen, das ist die Hauptroute, wo die Schleppermafias praktisch ihre Leute transportieren, wird jetzt nochmal verstärkt durch neue Radarsysteme überwacht. Und die Migrationsboote werden dann abgefangen und dann nicht nach Mallorca geschattet, sondern zurückgeführt dahin, wo sie herkommen. Das ist ja das Absurde mit der Seenotrettung. Hier, da werden die Leute gerettet vor den Küsten der Länder, wo die Leute abhauen. Und dann werden die bis nach Deutschland gekarrt und hier angelandet. Hier werden die sofort abgefangen und werden dann zurück in ihre Länder gebracht. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, das hat Ihnen so ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben, was auf Mallorca hier passiert. Ich werde für Sie dranbleiben. Es bleibt spannend. Also es ist wohl so, da die Vox sehr, sehr stark ist, das Pendant zur AfD, müssen die sich einfach auf sehr, sehr viele Programmpunkte einlassen. Also es wird da jetzt so ein bisschen geschachert, die PP versucht, die Leute nicht in Regierungsverantwortung zu bringen. Und die Vox, muss man sagen, hoffen, dass es bei der AfD auch so ist, so idealistisch, dass sie sogar sagt, okay, wir verzichten auf diese Posten und auf die sozusagen direkte Zusammenarbeit. Aber dafür fordern wir, dass diese Dinge hier von euch durchgesetzt werden. Und darauf hat sich die PP eingelassen und setzt diese auch um. Ich denke, dass es in Deutschland auch so weit kommen wird. Es ist nicht mehr möglich, die AfD zu ignorieren. Und bei der nächsten Bundestagswahl wird es ein Beben geben. Und entweder übernimmt die CDU, wenn sie schlau wäre, ein paar Punkte von der AfD, klaut sie ihn sozusagen. Oder es wird, glaube ich, ein ganz, ganz großes Beben geben und eine noch größere Verdrossenheit. Also ich denke, die Regierungsparteien oder in dem Falle die Opposition muss irgendwie mit der AfD zusammenarbeiten. Ansonsten wird das ziemlich, ziemlich heftig werden. Also es gibt Hoffnung für Deutschland, dass sich irgendwie etwas ändert. Das macht hoffnungsvoll die Ergebnisse, die da auch überall zu spüren sind. Und es zeigt auch, dass diese ganze Brandmauergelaber und Gefase von den Politikern, was wir ja in Deutschland gerade haben, das war auf Mallorca genauso. Da wurde auch immer gesagt, Rechtsextreme und rechtspopulistische Partei. Und schau an, jetzt möchte die PP gerne alleine regieren und nicht mit den Sozialisten zusammen und sonst was. Dann sagt sie, okay, dann nehmen wir doch ein paar Parteipunkte rein von der Vox-Partei. Also Hoffnung durchhalten und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Maximilian Pütz. Euer Maximilian Pütz.